Ready or not, here I go! Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Mit dabei ist heute, wir haben den Special Guest schlechthin, heute ist der Asuna bei uns. Servus Leute, Asuna SP ist auch am Start. Und natürlich so, die anderen sind auch am Start. Die unwichtigen Leute. Servus Leute. Die unwichtigen Leute. Ja und wir machen heute die, fragt man, wie heißt die Challenge? Waffen-Zuteil-Challenge. 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 Also das ganze läuft einfach so ab. Wir haben das ja schon mal gemacht. Schaut einfach das letzte, nein schaut nicht das letzte Video. Nein doch, schaut das letzte Video von Stege und von mir. Wir geben uns einfach eine verschiedene Klasse. Das ist einfach so wie der Random Class Generator. Genau so. Also würde ich einfach mal sagen, dann gebe ich mal Michi eine Klasse. Ja Leute, dann würde ich mal einfach sagen, jeder hat jetzt eine Klasse, oder? Jo, ja. Ja dann, let's go. So, da sind wir jetzt auch schon in der Runde. Und ich werde schon angegiftet. Servus. Oh shit. Oh mein Gott. Digger wie ich's kobe. Alter was ist das für die Waffe? Ja, Alter nein man. Dankeschön Larry, ganzeschön. Ich hab noch einen Raketenwerfer, pass auf. Alles klar. Ja Moin. Oh mein Gott, die Waffe ist ja richtig OP. Mein Akku vom Controller ist leer. Jawoll. Jawoll. Standard. Ich hab mich mal gerade gekriegt in der Ecke. Ja mach das. Nee, das, 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 das wird nichts. Das, das kann ich, das kann ich schon vergessen. Mein ist eigentlich gar nicht so schlecht. Meine Klasse ist gar nicht so schlecht, Alter. So ein bisschen kämpft habe ich das Gefühl. Komm, pre-nate, cross the map. Ich dreh, ich dreh für dich. Oh, bin wieder da. Alles klar. Controller steckt. An der Ladestation. Komm. Nein, 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 nein. Nein, Mann. Jawoll. Ihr seid eigentlich in der Besteuerung? Habt ihr auch schon in der Besteuerung? Oh, weißt du, wenn ich den nicht bitte bin? Komm auf, ne? Den hinter einem von euch nehmen. Ja, gib mir. Ich werde dann einmal umdrehen. Also, ich war nicht vor dir. Ich bin eigentlich schon tot. Nein. Schnauze. Nein, das liegt schon in der Trophy System. Was ist das? Oh mein Gott, meine Amy. Ja, das ist, das ist eins. Ja, meine Amy ist auch am Start. Jawoll. Ja, Mann. Ich glaube, das war mein erster Kill mit der Schiefer überhaupt. Na, okay, Waffenspiel, GG. Dummherz an mich. Oh, jawoll. Was labe ich eigentlich? Nein. Da schießt mal Larry wieder in den Rücken, Alter. Ne? Ich mach auch eine Nähte Cross the Map, ne? Ja, ich mach auch eine Nähte Cross the Map. Ich mach auch eine Nähte Cross the Map. Ich mach Trophy System. Ah, alles klar. Also Leute, Trophy System Kill Page 5, war? Ja, egal. Ne, ohne Scheiß. Ich möchte wissen, wie viele Leute das schon geschafft haben. Ja wir, Leute. Ich kill mit dem Drophysystem, Alter. Ich... ... so viele Bestimmungen. Wo seid ihr im Dach, warne? Nein. Ja, wahrscheinlich! Nein! Nö... Irgendwie sind die Aktiviert. Nein, Scheißsepp! Halt die immer weg, dass du bist. Alter, ich laufe einfach trotz Übersteuerung mit dem Drecks-LMG-Ding so langsam. Er geht doch irgendwo um im Haus. Ja, wahrscheinlich. Wer gibt Larry ne Sniper, Alter? Ja, holt mal wer. Ja, holt doch mal wer. Ja. Alles klar. Alter, Strecke ist der neu, Staza. Ne! Boah, das unschreckt mich so, ey. Ich hab grad gar nicht gefasst. Nee, das wird nichts. Komm Larry, geh weg aus dem Fenster. Weißt du, ich fühl mich einfach wie ein Level 1er. Nein! Der Läser, der Läser hat's gemacht. Ja, was? Komm, friss meine Näh, Alter. Oh, fuck. Nee, jetzt werd ich wieder vor der Seite gewohnt. Ach so, da sind wir schon. Was? 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 Ich hab keinen gängigen Sound. Ich glaub ich hätte einen geholt im Zorvi, Alter. Ich wollte das schon irgendwie feiern. Oh mein Gott, oh mein Gott. Schöner? Nein. Ergib mir jetzt nicht. Ah, komm auf Piste weg zum Kandidaten. Oh, jetzt Maul. Aaaaaaah Boa Digga, er ist so schnell Was? Nein! GG Zap Alter, ich glaub das ist einer von den chaotischsten Videos auf unserem Kanal Es geht so ab, ey Komm! Ja! Turn-On ist da! Larry gibt mir einen Turn und sogar mit der Dracon Granate! Nein! Boa Digga, die nicht! Alles klar, ich geb ihm Hitmarker Mit der Nade oder was? Ja Alles klar, Sepp Ja, das ist unfair mit der Piste, Digga Das war eigentlich so Harry? Larry, du hast mich gegeben Ja, Digga Ich hol dir keine mit Boa, gesprayt mit Sporen Alles klar! Ja, wahrscheinlich Dreckschiefer, Mann Ich hasse die Waffe so viel Es ist jetzt offiziell, Mann Das ist die beschisseste Waffe Was es überhaupt jemals gegeben hat Anziehen, dies zu sammeln, Mann Alles klar, Stöcki Man, jeder hat so ne gute Waffe Nein, der ist da am Fenster oben Juck den nicht Juck den nicht Jawohl Larry, steck mal deinen schönen Platz hier raus Alles klar! Durch die Wand! Ich wollte ihn einfach Du Scheiß Was? Nein! Oh mein Gott! Ich weiß nicht Ich weiß nicht, wo ich komm, Alter Nein! Ahhhh! Ja, wahrscheinlich Maaa, wieso der Pistl Komm zu, Papa Ja Der Deutsche hat ihn nie gegeben Ja, Larry Mann! Ich stehe genau neben dir, wenn wir gerade nicht gewinnen Mann! Digger mit Irgendwie hat man gerade solos Trophysysen Trophysystem nachgeworfen, Alter Ja, wir auch Nein! Nein, Mann! So, jetzt hat's ein bisschen chillen Jo, wahrscheinlich Wer gibt den Schlitzern Wer gibt den Indisch rein, Alter Indisch rein! Der wird einfach eine 100er Prezi Oh, shit! Oh, schon wieder! Ey, wie verpiss ich jetzt mit deinem Raketenwerfer, ey! Nein! Fuck, Alter! Ah, das war die gute Waffe! Nein! Uhu! Headshot gesprayt, Lackierer, man kennt ihn Kauft sein Merchen nicht! Ja, jetzt kommt's Oh, wer bricht mich Um die Ecke Jetzt kommt's Oh, die Ecke Larry will mich einfach halten Ja, Larry, camp! Nicht so viel, du Spaß, Alter! Ich patroliere, mein Schatz So, Sepp, ist der Stasisch, nein? Nein! Ich schau mal an! Ich schau mal an! Ich schau mal an! Ich schau mal an! Nein! Was? Nein! Wieso? Wieso? Ich hab jetzt eine halbe Stunde durchgebracht! Nein! Mann! Ja! Nein! Nein! Und noch ein Turn-On! Und noch ein Turn-On! Nein! Scheiße! Was? 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 Alter, kein Aimler! Ja, Moin! Ich brauche den Nachbrenner, ey, 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 ey! Nein! Ach, nö, Alter! Das Drecks-Gorgon-Anfang lief so gut und das will sie einfach nicht mehr! Alles klar! Noch, noch, noch wen! Irgendwenn hab ich noch geboxt! Nein! Ja, mich! Dich! Nein, ja, wer gibt dir denn eine Piste? Theo, wahrscheinlich! Nein! Ja, er reißt einen Feed! Ja, was? Was? Ja, der Mann sagt, ich stehe vor, ich stehe vor Stilgymann. Ja, wahrscheinlich, er schluckt schon wieder. Wo ist er? Komm! Na! Wer ist da oben im Haus? Michi, schwitzt nicht so. Scheiße. Digger, ich habe eine Schiefer, ich kann nicht schwitzen. Wir haben alle scheißgelassen. Boah, Digger, wer hat mir gerade den Tomahawk geschmissen? Ja, ich. Digger, ich bin am Fester gestanden. Ganz alt, ich bin am Fester gestanden. Oh, nein. Die letzten Sekunden laufen. Komm. Ich bleibe dritter, Alter. Nein, Mann. Stöge. Nein. Ja, jetzt kommt der Spast von hinten. Nein, oh mein Gott. Ich mache vor dir aber. Nee, jetzt geht es nicht mehr aus. Ich werde dritter bleiben. Ja, wahrscheinlich. Mait's been last kill von dem Spast. Aber wir sind freundschaft gesichert hier. Alles klar. Okay, Leute, dann ziehen wir uns den letzten Kill noch rein. Alter. Wenn ihr eine Fortsetzung wollt, dann schaut auf meinem Kanal vorbei. Wir drehen wir dann eine Runde um. Das wollte ich gerade oben sagen. Wir drehen jetzt nämlich noch eine zweite Challenge. Also einfach nur losfahren. Also eigentlich genau dasselbe, oder? Ja, zweite Runde. Ich bin bei Asuna. Genau. Und für Larry nehmen wir dann auch... Also für Daryl Tricks nehmen wir natürlich dann auch noch was auf. Natürlich alles unten in dem Video... Ich kann nicht mehr reden. Alles. Ihr wisst, was ich meine. Alles ist verlinkt unten. Tschi, tschau.